Ja, meine Freunde, erstmal wunderschön, dass ihr da draußen wieder eingeschaltet habt zum beneuten Video hier auf diesem Kanal. Wir haben drei Transfervorschläge bekommen gehabt von der Ed Broski Show. Die haben einen Post gemacht gerade mit drei Profilen für Werder Bremen. Und ich dachte mir, ey, die schauen wir uns mal an. Schauen wir uns vor allem mal genauer an und dann sage ich euch auch, wen von den dreien ich zum Beispiel am liebsten bei Werder sehen wollen würde. Und welche Baustelle die aufgemacht haben und so weiter, wer die Namen sind, das schauen wir uns jetzt gleich an. Ihr könnt gerne direkt zu Beginn einmal einen Däumchen da oben da lassen, gerne ein Abo da lassen. Und denkt alle dran, morgen, also am Donnerstag um 20.15 Uhr ist die Real Niko Show. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einschaltet. Mit dabei haben wir unter anderem Ailton, Werder-Legende, Chefredakteur vom Weser-Kurier-WK, Jean-Julien Bier, dabei. Und dann noch die YouTube-Legende Grün-Weiß-Schnackt. So, Schnack. Dann gucken wir mal erstmal auf Ed Broski, beziehungsweise auf den Post, den die gemacht haben. Da sehen wir hier Kader-Baustellen, voriges Jahr, 9. Saisonziel, gesichertes Mittelfeld. Ich würde gesichertes Mittelfeld, Schrägstrich, eigentlich Windschatten von Europa, das würde man eigentlich gerne. Aber gut, Saisonziel, alles gut. Gut Kaderwert, 109 Millionen und dann das Profil. Backup für Mitchell Weiser und Konkurrenz für Olivier Demann. Ich sehe das so ein bisschen schwierig. Ich habe auch heute das bei Eingridaich gesehen gehabt, diese Position vom Linksverteidiger. Wenn man wirklich einen Linksverteidiger holen würde, wäre das auch ein mächtiger Popo-Tritt für Felix Argo. Weil man eigentlich klar signalisiert, Felix Argo, den wollen wir nicht als Stammspieler haben, sondern eher nur als Backup für Mitchell Weiser dann. Und Olivier Demann wäre dann auch da wieder ein nach hinten, also beziehungsweise in der Herausfordererrolle und der Neuzugang dann eben als Stammpersonal. Eher sehe ich eigentlich Felix Argo links gesetzt, der soll sich betteln mit Olivier Demann. Hoffentlich treiben sie sich beide zur Höchstleistung an und einen sicheren Backup für Mitchell Weiser. Aber klar, im Prinzip kannst du dich auf beiden Positionen verstärken. Welches Spielprofil wird gesucht? Präzise Flanken, defensiv zuverlässig, hohe Dynamik, sicheres Passspieler. Budget wurde jetzt hier mit drei Millionen taxiert. Ist auch schwierig irgendwie einzuschätzen, weil auch je nach Abgang und so weiter, oder beziehungsweise auch je nach Potenzial ist die Frage, wie viel Würde Werder wirklich dafür ausgeben. Aber ich glaube, dass drei Millionen schon sehr realistisch klingt. Ich kann mir auch vorstellen, dass in Richtung mit Bonus so in so eine vier Millionen Kiste das gehen kann. Ja, Alter macht sich mal 25 Jahre. Entwicklungstätiges Alter. Interne Konkurrenz, wie gesagt, Mitchell Weiser, Felix Argo und Olivier Demann. Jetzt kommen wir zu den drei Kandidaten. Brandon Williams, Joe Mendes und Denso Casios. Und dann eben mit jeweiligen Leistungen, die die Ad Broski Show bewertet hat. Hier wurde zum Beispiel bei Brandon Williams, seht ihr dann immer hier vom Spielstil, inwieweit er das schafft, also inwieweit er es zutrifft und hier von der 99er Leistung, wie viele Punkte er für die jeweilige Kategorie bekommt. Das seht ihr alles, alles eingeblendet. Ich würde jetzt erstmal anfangen mit den einzelnen Kandidaten aus meiner Sicht. Muss erstmal sagen, vorab kann ich das schon mal direkt signalisieren. Diese Reihenfolge, die ihr hier gerade seht, ist für mich die Reihenfolge auch, in der ich die Spieler verpflichten würde. Also Brandon Williams wäre mein absoluter Favorit von diesen drei Spielern. Vor allen Dingen auch als perspektivischer Transfer, finde ich den super, super spannend. Danach würde ich eben mit Joe Mendes gehen und dann mit Denso Casios. Von dem würde ich am ehesten Abstand nehmen von diesen dreien. Also wenn man das jetzt einfach mal so sieht. Es ist natürlich allgemein schwierig zu sagen, vor allen Dingen, wie gesagt, wie viel Geld hat Werder zur Verfügung am Ende. Wenn vielleicht der eine oder andere geht, man da noch was tun muss, wie viel Geld bleibt dann, könnte Brandon Williams zum Beispiel komplett nach vorne rutschen. Denn der gute Mann ist derzeit vereinslos, also ablösefrei auf dem Markt. Man muss auch sagen, den Namen hören wir jetzt nicht zum ersten Mal. Der wurde ganz, ganz oft schon vorgeschlagen. Auch hier bei uns in der Community habe ich den schon ganz, ganz oft gelesen gehabt. Deswegen wundert es mich nicht, dass sie Ideenspiele ausgemacht haben. Kann ich absolut verstehen. Ein sehr, sehr talentierter englischer Außenverteidiger, der eigentlich schon eine absolute Hype-Phase hatte. Er wurde damals auch zu Norwich verliehen. Vielleicht hat ja damals auch Sargent oder Rashica mit ihm gesprochen, ein bisschen von Werder geschwärmt. Man weiß es nicht. Er hat bei Manchester United lange gespielt. Sehen wir auch hier in der Manchester United Jugend gespielt. Dürfte also Hansen Arön kennen eigentlich. Ich glaube, die haben sogar schon zusammengespielt. Er war dann eben bei Norwich City ausgeliehen. Jetzt letzte Saison wurde er dann zu Ipswich Town nochmal ausgeliehen. Er hat in der Premier League schon 47 Spiele gemacht. Er hat ein Tor, eine Vorlage in der Champions League, 15 Spiele gemacht, zwei Tore dabei erzielt. In der Europa League zwölfmal zum Einsatz gekommen. Auch in der UEFA Youth League ist er neunmal zum Einsatz gekommen, zweimal sogar in der Champions League eingesetzt worden. Hatte schon marktet von zwölf Millionen, derzeit bei 2,5 Millionen. War am Ende so ein bisschen außen vor, muss man auch sagen. Hatte eine Verletzung, die nicht bekannt ist. Das habe ich mir gerade eben auch schon mal angeguckt gehabt. Hier sehen wir jetzt auch nochmal unbekannte Verletzungen, 149 Tage ausgefallen. Davor durch den Schlag sechs Spiele ausgefallen und davor durch eine Koppelletzung vier Tage. Aber eigentlich nichts, was so bedenklich ist. Außer diese Verletzung würde ich eigentlich gerne, die würde mich natürlich interessieren. Aber sonst passt das alles, also weitestgehend eigentlich. Wenn wir jetzt auch nochmal auf die Einzelleistung gucken. Bei Ipswich hat er durch diese Reihe eben 15 Einsätze gehabt, zwei Tore erzielt. Im EFL Cup hat er ebenfalls zweimal gespielt gehabt. In der Premier League bei Norwich, das war in der Abstiegssaison, so Norwich wieder abgestiegen ist, hat er 26 Einsätze gehabt und eine Vorlage gemacht. Zwei mal im EFL Cup gespielt und einmal in der EFL. Ja, ihr seht, er hat 105 Spiele als Linkserteidiger gemacht, 31 als Rechtserteidiger. Ist vor allen Dingen, also finde ich persönlich, ein super Spieleöffner auch. Also wenn man sich mal so seine Spiele anguckt, auch so Highlight-Szenen von ihm anguckt. Er hat einfach ein super Gespür für den Raum, für die Spieleöffnung. Auch aus einer defensiveren Position heraus, zieht auch als Außenverteidiger manchmal zentraler rein. Er erinnert mich so ein bisschen an Karbovnik damals in Düsseldorf-Zeiten, wenn ihr euch daran erinnert. Das spielt ja mittlerweile bei Hertha. Der hat ja auch Außenverteidiger, kann aber dann eben immer wieder so reinziehen und so ein bisschen einen spielerischen Part auch machen. Das kann Brandon Williams absolut auch oder würde ich ihm total zutrauen. Hat eine sehr, sehr gute Grundgeschwindigkeit. Das Flankentum sozusagen kann ich jetzt von ihm nicht so bewerten. Hier haben wir aber zumindest Chancen kreierende Dings, haben wir zumindest eine Bewertung. Ist aber, finde ich persönlich, ganz, ganz schwierig zu sagen, bei Brandon Williams weiß vielleicht der eine oder andere mehr. Ich kann mir aber vorstellen, dass die ganz gut kommen, weil die von hinten heraus, also von hinten heraus die langen Bälle sehr, sehr gut kommen. Deswegen gehe ich davon aus, dass er auch präzise Flankentum über die Außen schlägt. Er bewegt sich sehr, sehr gut im Raum, antizipiert stark. Er geht auch gut runter. Mit 23 Jahren hat er eben schon in den verschiedensten Stufen gespielt. Premier League, Championship, Champions League, Europa League. Und das ist natürlich etwas, was ihn absolut wertvoll auch macht. Dazu eben ablösefrei, zweieinhalb Millionen Marktwert. Die Frage ist, ob man sich mit dem Gehalt einigen könnte. Ich weiß natürlich nicht, was er zuletzt jetzt auch bei Manchester United verdient hat. Aber ich finde ihn im Allgemeinen einen sehr, sehr interessanten Kandidaten für uns und kann mir ihn auch so wirklich als Arbeiter vorstellen. Vor allen Dingen ist das wieder ein Linksverteidiger, aber Rechtsfuß. Ich habe gerade eben auch schon mal erwähnt, wie gesagt, wenn er dann reinzieht in die Mitte, dann macht er sehr, sehr viel über seinen rechten Fuß, auch über die Spieleröffnung heraus. Finde ich einen sehr, sehr spannenden Kandidaten. Brandon Williams wäre mein absoluter Favorite. Vor allen Dingen in diesem Preis-Leistungs-Segment kann eben auf beiden Außerteilger-Positionen auch eingesetzt werden. Dann wäre für mich dann der Backup eben von Mitchell Weiser oder eben vielleicht sogar Stammspieler auf Linksverteidiger. Das müsste man dann sehen, ob er sich durchsetzt. Dann zu Denso Casius kann ich nur sagen, das Profil als solches finde ich an sich nicht schlecht. Alles gut, aber ich habe mir auch vieles von ihm angeguckt gehabt, auch seine Statistik mir reingezogen gehabt. Ist jetzt kein Spieler, der mich auf Anhieb überzeugt. Kann aber sein, dass er ein extremes Potenzial noch hat. Er ist 21 Jahre jung, ist rechtsverteidiger. Wer für mich als Backup-Rolle kann eben die komplette rechte Schiene spielen, vollkommen in Ordnung. Als Außerteiliger-Backup für Mitchell Weiser sehe ich aber überhaupt nicht als linksverteidiger Stammspieler. Da sehe ich wirklich jetzt nur diese Backup-Rolle für Mitchell Weiser. Ja, ich kann da euch auch wirklich nichts zu sagen, dass ich sage, ey, das ist jetzt hier der absolute Knaller. Ich finde ihn ganz in Ordnung. Wie gesagt, viel Potenzial nach oben noch in vielen Statistiken. Auch jetzt hier sehen wir nochmal die Bewertung da. Ich finde ihn tatsächlich gar nicht mal, für mich hat er so diesen dynamischen Eindruck, gar nicht mal so übertrieben gemacht. Kann aber auch sein, dass ich einfach einen anderen Blickwinkel gesehen habe als jetzt zum Beispiel die Ed Broski-Show. Ich bin sehr gespannt, wenn sowas zustande kommen würde, ob man da wirklich zufrieden mit wäre. Da wäre für mich dann wieder spannender und deswegen habe ich genau das Letzte gemacht. Joe Mendes, wenn man Ablöse in die Hand nehmen möchte oder vielleicht Laie mit Kaufoption. Das wäre für mich am ehesten vom SC Braga, weil er dort eben auch kein Stammspieler ist. Sehen wir auch hier wieder in der Liga Portugal, 17 Einsätze, zwei Vorlagen gemacht. Hat aber auch schon Europa-League-Erfahrung. Hat schon in der Conference League gespielt, hat schon in der Champions League gespielt. Hier fünfmal in der Champions League zum Einsatz gekommen. Kann auf der kompletten rechten Außenbahn spielen, aber auch als Linkserzeitiger spielen. Finde ich sehr, sehr interessant, weil Joe Mendes vor allen Dingen ein extremes Tempo hat. Extremes Tempo, bringt schöne Bälle mit rein. Könnte ich mir absolut als Backup für Weiser vorstellen und als jemand, der vielleicht wirklich nochmal so einen frischen Wind reinbringt. Aber sehe ihn eher weniger links, müsste man gucken. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen, ob er als Linkserzeitiger auch das schaffen könnte. Er hat als Linkserzeitiger zehn Spiele gemacht, aber finde ich es super schwer einzuschätzen. Finde ihn aber super spannend auf der rechten Außenverteidiger-Position, weil er eben mit seinem Tempo total überzeugt. Er überläuft dann eben auch viele Gegner, hat ein gutes Auge, gute Raumerkennung. Bringt da tolle Bälle rein. Für mich ein sehr, sehr spannender Spieler, Joe Mendes. Auch eben erst 21 Jahre jung, hat aber noch Vertrag bis 2,28 und 3 Millionen Mark. Deswegen sehe ich ihn schwieriger zu bekommen. Deswegen, ich habe mich auch, ihr merkt es ja auch an der Analyse oder dem, was ich gesagt habe, am meisten an Brandon Williams gewandt oder fixiert, weil ich hier das Profil super spannend finde, Preis-Leistung spannend finde, die Einsatzmöglichkeiten spannend finde. Und deswegen passt er als dieses Package am allerbesten von allen. Und dann eben Joe Mendes und dann Denso Casius, der mich jetzt noch nicht so überzeugt hat. Kann aber auch sein, dass zum Beispiel die Ad Broski-Show hat sich wahrscheinlich viel intensiver mit Denso Casius beschäftigt. Und vielleicht auch draußen Leute von euch, die sagen, ey, den finde ich spannender, gar kein Problem. Und schreibt es in die Kommentare rein. Das waren auf jeden Fall die drei Vorschläge von der Ad Broski-Show. Was sind eure Vorschläge für die Außerteidiger-Position? Wem würdet ihr verpflichten? Und wann, glaubt ihr, wird Werder einen Außerteidiger verpflichten? Fakt ist, diese Baustelle ist offen. Wenn Weiser sich verletzt, haben wir eigentlich niemanden dahinter. Wenn du Argo wieder rüberziehst, dann hast du den Mann auf links als Startposition, Argo als rechts. Wenn, sag ich mal, Weiser verletzt ist, hast auch keinen Auswechselspieler. Und ja, das ist ein Riesenproblem. Also das muss man ganz klar sagen. Man stelle sich nur mal vor, dass Argo tatsächlich mal verletzt ist und Weiser gesperrt oder so. Dann kommst du nur in Probleme, nur in Bedrulle. Auch wenn du mal auswechseln willst, auf den Schienen frischen Wind reinbringen willst, in einer sehr laufintensiven Position hast du eigentlich ganz, ganz viele Schwierigkeiten. Ja, eure Mann und Gerne mal unten rein. Ich bin gespannt. Ich bin jetzt erstmal raus. Euer Nico und ciao, ciao.